Hi und herzlich willkommen zu meinem Dungeon Boss Guide zu Kras, dem dritten Boss aus der Akademie von Al-Gheta. Der Boss ist ein bisschen speziell, mal was ganz Neues kann ich euch jetzt schon mal verraten. Zunächst müssen wir uns aber einmal mit altbekannten Fähigkeiten auseinandersetzen. Er macht nämlich einmal so einen Frontal auf den Tank, bedeutet also man darf niemals vor dem Boss stehen. Des Weiteren macht er hier so einen Schrei, wenn ihr während dieses Schreis, so wie ich hier gerade casten würdet, werdet ihr jetzt gleich interrupted und für mehrere Sekunden nicht mehr in der Lage zu casten. Ihr seht hier Silence für 6 Sekunden, das heißt also, sobald ihr diesen Schrei ansetzt, achtet auf eure Castleiste und versucht euch nicht unterbrechen zu lassen. Das sind wie gesagt die Standardfähigkeiten. So und dann geht es hier los mit der besonderen Phase. Es gibt hier einmal zwei so Sponen, einmal hier so eine Windkugel, einmal so eine Feuerkugel und es spawnen hier ganz viele Orbs in der Kampfarena. Diese Orbs, man sieht es hier, die kann man aufsammeln und muss man jetzt in diese Kreise hineintragen. Denn da oben hat man es gerade gesehen, gleich sieht man es möglicherweise nochmal besser. Man bekommt hier unten, was ich zuerst nicht gerallt hatte, man bekommt hier unten so einen Extra-Action-Button und mit diesem Extra-Action-Button kann man in dieser Zone halt den Ball oben in das Tor reinschießen. Man sieht es hier auch in der Grafik, Fire-Gold und Wind-Gold und man muss halt jeweils drei Orbs in das jeweilige Tor reinschießen. Jetzt habe ich auch den Extra-Action-Button gefunden und ihr seht es hier oben, dafür jetzt die Kugel in dieses Tor rein. So und was ist der Vorteil davon, wenn man das entsprechend macht? Denn der Vorteil ist, dass ihr dadurch Buffs erhaltet. Wenn ihr drei Wind-Goats erzielt, würdet ihr zwar hier den Effekt haben, dass die ganze Zeit so Winde über die Plattform wehen, aber das kann man entsprechend dann negieren, indem man dann gleich weitere Orbs aufsammelt. Würdet ihr dann so eine Orb tragen, würdet ihr von den Winden nicht mehr gepushtbackt werden und würdet darüber hinaus 45% Haze-Buff erhalten. Das wollt ihr dann also auf jeden Fall haben. Ansonsten, wenn man dem gegenüber drei Tore erzielt in das Feuertor, würde der Boss gestunt werden. Das sieht man hier gerade. Und während der Boss gestunt wird, würde der Boss 75% erhöhten Schaden erleiden. Da kann man dann also auch mit Coo-Downs entsprechend dem Boss nuken. Ja, ansonsten spawnen hier so Feuerflächen, da auch nicht von treffen lassen, immer gegen die Winde anlaufen oder halt, wie gesagt, hier diese Orbs aufsammeln. Der Shadow macht es hier eigentlich richtig, wird allerdings jetzt trotzdem weiterhin gepushtbackt. Das war, glaube ich, in der Beta noch nicht so ein bisschen ausgereift. Normalerweise sollte das, wie gesagt, nicht passieren, aber zumindest laut Abenteuerführer. Aber ja, das ist im Endeffekt der ganze Kampf. Zusammengefasst also folgendes, nicht vor dem Boss stehen, Stopp-Cast bei dem Schrei, sonst würdet ihr für mehrere Sekunden nicht in der Lage sein zu casten und die Orbs in die Tore schießen, um Buffs zu erhalten für erhöhten Boss-Schaden. Ja, das ist der ganze Encounter. Wie immer der Aufruf an dieser Stelle, wenn euch der Content gefällt, den ich so mache, lasst doch ein Follow da. YouTube Twitch at Magic WL und von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye.